Hallo! Hallo! Ich habe heute wieder die Steffi mitgebracht. Hallo! Und wir haben ein Spiel für unsere Kinder mit mehr Bedarf. Ein kleines Wurspiel zum Dosenwerfen. Genau! Und ich erkläre euch jetzt, wie man das am besten zu Hause für euch macht. Und zwar braucht ihr eine Schnur. Ich hoffe, man sieht sie gut. Eine rosa Schnur. Wir haben sie jetzt hier festgemacht und ihr zu Hause könnt sie entweder an der Decke festmachen oder an einem Türrahmen. Und haben da Dosen mitgebracht. Oder man könnte auch Flaschen nehmen. Genau! Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das geht. So! Gut spannen, gut festhalten. Und loslassen. Sehr gut! Und nochmal! Bitte, versuch uns nochmal. Und wir haben hier natürlich einen Rassenball genommen. Das ist nämlich für die Kinder nochmal attraktiver und irgendwie nochmal toller. So! Und jetzt loslassen. Ja, das war unser Spiel. Bis dann! Bis dann! Tschüss! Tschau! Tschau!